Frauenarzt Musik bedeutet mir einiges mal. Eingeben sich Koks oder was weiß ich, was sie sich alles gönnen und wir gönnen uns Hartz Frauenarzt. Frauenarzt! Frauenarzt! Hat mich stark beeinflusst, hat mich sehr stark beeinflusst. Ich glaube, heute wird über krass. Ich bin Freunde seit 20 Jahren, Brüder. Für immer. Berlin ist immer geil und du spielst vor den Leuten, die dich mit aufgebaut haben. Berlin ist immer was ganz Besonderes. Wir brennen den Club auf, baby, baby. Mittelfinger hoch, ich bin der rappende Pimp. Ich hab den Sack in der Hand, wenn die Session beginnt. King! Fick Finger in die Luft, das hier ist die Unterwelt. Und das ist das Länge, in dem man sich hier mit uns unterhält. Fick Finger in die Luft, Rapper schieben Paranoia. Rapper schieben Parapara, denn ich bin ein Ungeheuer. Ficken, ficken, die Mütter können sich ficken. Fick Finger in die Luft, Fick Finger in die Luft. Ficken, ficken, die Mütter können sich kicken. Fick Finger in die Luft, Fick, Fick. Hey, wir sind Sixten. Was geht ab? Fack der Police? Wir sind wirklich, was seid ihr? Hass erfüllt und Attos zieht. Doch Geld ist nur ein Blatt Papier. Roll es ein und lass mal ziehen. Wir sind einfach die ganze Zeit auch schon aufgefallen, dass halt richtig viele Oldschool-Fans auch am Start sind. Neue Sachen, alte Sachen, gemischt, bombastisch. Ich hab alle. Ich freu mich eigentlich schon fast am meisten, später rauszugehen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Weil ich geh immer danach mal noch zum Merchland und mach dann Autogramme oder mach Fotos. Wir gönnen uns Frauenarzt, Mucke und Rasten richtig aus. Unsere Stimmen sind schon extrem angekratzt. Keine Worte, richtig krass. Ich liebe dein Album. Für alle, die es verpasst haben, ist halt der Wahnsinn. Eine Kugel in dein Kopf, jedes Wort, ein Schuss, jeder Schuss, ein Treffer, ein toter Rapper. Eine Kugel in dein Kopf, Mutterficker. Eine Kugel in dein Kopf, Mutterficker. Eine Kugel in dein Kopf, Mutterficker. Vielen Dank, Berlin. Dank euch.